Bei der Sombo AG kommen nicht nur Kinderschwärme. Ferngesteuerte Autos, herzige Plüschtier und fantasievolle Partyartikel sorgen für Spiel und Spass bei Gross und Klein. Für die Bewirtschaftung von den über 11'000 Artikeln hat der Roman Dettweiler, IT-Leiter der Sombo AG, ein modernes ERP-System gesucht. Dort ist es so, dass wir eine Mobile-Office-Lösung gebraucht haben, wo wir sie scannen können. Zudem ist ein Webshop ein Kriterium gewesen. Die klassische Auftragsbearbeitung und Lagerabwicklung, dann Schnittstellen wie EDI und CSV sind ganz wichtig gewesen. Geschäftsprozesse effizient abwickeln und flexibel auf Veränderungen reagieren können, sind zentrale Anliegen gewesen. Die Sombo AG hat darum verschiedene ERP-Anbieter unter die Lupe genommen. Schlussendlich hat man sich für das Schweizer Softwareunternehmen OPAC entschieden. Sie hatten sehr gute Referenzkunden auch in unserer Branche, was mich sehr, sehr überzeugt hat. Sie haben viele langjährige Mitarbeiter, die ich auch in der Evaluationsphase habe kennenlernen dürfen. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Die Anwender schätzen die moderne Benutzeroberfläche und die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten von OPAC ERP. Als man die alte Software abgelöst hat, ging es in einer ersten Phase darum, Systeme für einen unterbruchfreien Betrieb einzurichten. In einer zweiten Phase haben wir dann eigentlich die ganzen Funktionalitäten von OPAC besser kennengelernt. Wir haben uns weiterentwickelt und heute ist eigentlich OPAC ERP die Plattform für uns, die uns ermöglicht, das ganze Kundenpotenzial voll auszuschöpfen. Bei der SOMBO AG versteht man etwas für Spiel und Spass. Auch wenn das Business alles andere als ein Kinderspiel ist, sorgt OPAC ERP dafür, dass beim Schaffen die Freude nicht zu kurz kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017